So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play der Binding of Isaac Rebirth mit dem DSC Afterbirth. Wir machen mal wieder einen neuen Run mit... Samson. So, ich hab mich jetzt mit Absicht umbringen lassen, aber das ist ein Scheiß-Item. Basin mit 1. Ist ja noch schlechter. Ja, super. Ganz toll. Boah, ist doch nichts Sinnvolles jetzt mal für den Anfang. Ich hasse, dass es so random ist und es dann nur scheiße ist. Meine Güte. So. So, was ist es da drin? Was ist denn das? Oh, nein. Naja, wie ich das so gut finde, auch nicht wirklich. Krieg ich jetzt mal ein gescheites Item, bitte? Meine Güte. So, der letzte, bitte. Hier wird ein Schlüssel. Okay. Okay. Oh, die Güte. So, gut schon. Attackfly, ja, ist in Ordnung. Diesmal eine gute Wahl für den Anfang. So, komm her. Noch ein Herz, yeah. So, wir holen uns natürlich den Schlüssel. Komm her, meins. So. Und dann mal auf zu Boss. Gemini. Na komm, komm. Die Unlocked Color. Okay. Was auch immer das bedeutet. So, ab in den Keller. Oder in den Etagen tiefer, wie auch immer man das Ganze sehen möchte. Das kennen wir schon. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So. 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 Nächste Tür. Ach, Mann. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Fliegen, ihr Neruft. Dankeschön. So, nächster Raum. Magie schon wieder. Au. Och Mann, ey. Ich sterb hier gleich. Dieses Mal nicht, weil ich es will. Oh, Bomben. Okay. So, was ist hier was drin? Nein. Hier vielleicht? Ich könnte ja mal schauen, ob hier ein geheimen Gang ist. Ja, hier ist sogar einer cool. Ernsthaft? So, das haben wir auch. Okay, nächster Raum. Was erwartet uns da? Spinnen. Ganz groß. Klasse. So, wir könnten uns noch Ratespielchen machen. Wo ist denn der nächste Geheimgang? Also der zweite sozusagen. Vor allem, was ist hier drin? Komm her, komm her, komm her. Gut, gut, gut. Bomben. Okay, warum haben wir hier zu viele Bomben? Na toll. Ja, was? Du nervst. So. Könnte hier der Geheimgang sein. Oder vielleicht sogar hier. Oder vielleicht sogar hier. Nein. Okay. Hier brauche ich's gar nicht zu probieren. Dann könnte er eventuell hier sein. Nein. Er könnte auch noch hier sein. Nein. Ja, gut, dann. Auf zum Boss. Es ist Monstro. Schaffen wir Monstro so? Uah. Oh Gott. Monstro. Mal auf zu rumzuspringen. Ja. Monstro. Du nervst. Okay, jetzt habe ich ein halbes Herz dafür bekommen. Yay. Toll. Pff. Okay, nächster Raum. Ja, gut. So, schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Oh. Äh, ja. Äh, ja. Da habe ich nicht so grobe gesehen. Gott sei Dank hat sich meine Attack-Fleih mir geholfen. So, nichts zusammen. So, nichts dabei. Sorry. Nichts. Ich habe also nicht mehr 경ach angeizado. Also nichts dabei. VO dumped jetzt mal. So, komm. Ja, danke, dass das jetzt... Das ist nicht interessant. Ja. Och, Mann. So, ein halbes Herz, okay. So, ah. Das war knapp. So, eine Bombe, okay. Was haben wir hier? Wildshot. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Wir könnten mal schauen, ob hier der Geheimgang wäre. Nein, das ist echt. Dann, nächster Bereich. So, komm schon, komm schon. Geh kaputt. Danke. Au. So, hier ist nichts. Ist hier vielleicht was? Na. Eine Münze. Na. Noch mehr Münzen. Yay. Bringt mir nichts, wenn ich gleich sterbe. Was ist hier runtergefallen? Achso, so ein Energietank. Och, Mann, oh. Ein Herz. Oh, schön. So, wo hat sich jetzt der Boss versteckt? Also, so viele Bereiche gibt es ja nicht mehr. Den einen da unten. Dem er ganz offensichtlich auch nicht ist. Noch ein Herz. Oh, schön. Mann. So, komm schon, komm schon, komm schon. So. Noch eine Münze. Wenigstens schubend ein einfacher Gegner. Mehr oder weniger. Ja. So, was haben wir hier? Don't swallow the price. Challenge up. Och, no. War der Beutel nochmal gut? Oh, nee, war er nicht. Vielleicht eh gleich sterbe. Dann nehme ich den auch noch mit. Düm, 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 düm. So, nächster Bereich. Challenge up. Okay. So, komm schon, komm her. Danke. Ein Herz. Okay. 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 Mann, oh, Mann. Na, na, na. Letzte Flittermaus, komm her. Eine Bombe. Okay. An die ich nicht rankomme, aber ich nicht fliegen kann. So. Oh, Gott. Nein. 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 Noch zwei Münzen. Ach, komm schon. Was Sinnvolles wäre aber nochmal gut. Ich könnte eigentlich auch gleich zum Boss gehen. Komm. Der Hallow. Okay. Der Hallow ist eigentlich relativ einfach. Hm. Dadurch habe ich einen HP abbekommen. Yay. Du, 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 du. So, hier ist nix. Das ist immer schön. Was haben wir hier noch? Der Bombe. Okay. Schlüssel wäre mir lieber. Hä? Hä? Ach so. Das heißt, wir können eigentlich jetzt alle Geheimgänge sehen, ne? Das heißt, wir können eigentlich jetzt alle Geheimgänge sehen, ne? Der nächste, der nächste bitte. Und du auch noch. Okay. Dann der nächste Bereich vielleicht. Oh ja, ein Schlüssel. Au. Was ist doch? Ah, ich weiß, was es ist. Ja, ja. So, komm schon. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Waaah. Au. Okay, das haben wir schon mal. So, ach nö, ernsthaft, du auch noch? Ich könnte eigentlich in den Shop-Bereich, ja? Super, jetzt muss ich wissen, wo war jetzt noch ein Herz? Ich glaube, hier war noch eins, ne? Genau. Das waren hier auch noch ein paar Herze. Ja, die nehme ich alle mit. Oh, Hilfe. So, nächster Bereich. Hier. 23 Münzen habe ich schon. Wahnsinn. Was kann ich mir wohl für 23 Münzen in Shop-Bladen kaufen? Boah. Ach, herrje. Ich weiß nicht, hab ich den Gegner schon gemacht. Boss. Ja, nein, vielleicht. Ich weiß, er ist gerade nicht sicher. Ich denke schon, ja. So, hier. Daddy's Love. Oh, Daddy's Love. Das ist ein geiles Item. So, hier ist nichts drin. Nächster Bereich. Ja, wir haben ihn schon gemacht. Oh, Gott sei Dank. So, damit ist auch dieser Part schon voll. Auch wenn ich jetzt nicht viel geschafft habe, außer sehr viel gelost, ja. Wir haben jetzt schon mal vier Herzen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.